Hey Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute will ich mit euch meine vegane Superprotein-Reispfanne machen. Was ihr dafür alles braucht, das zeige ich euch jetzt. Ja Leute, also ihr braucht gar nicht mal so viel für die Reispfanne. Ich habe mir jetzt 100 Gramm Reis, um genau zu sein Himalaya-Rasmati-Reis, zur Seite gestellt. Ich habe das mit so 380 Milliliter Wasser aufgegossen. Ich nehme immer gerne ein bisschen mehr Wasser, da der Reis dann mehr aufquellen kann. Und so habe ich in der Diät mehr davon. Alles klar, den können wir jetzt nebenbei schon mal hier kochen lassen. Wie man Reis macht, das wisst ihr ja alle. Ich zeige euch nur noch, wie ich das Ganze verfeinere. Ja, dann braucht ihr Saitan. Saitan ist das Protein, das wir hier in unserem Reisrezept haben. Außerdem braucht ihr eine Frühlingszwiebel, eine rote Zwiebel, etwas Knoblauch und eine Knolle Ingwer. Dazu dann noch etwas Sojasoße und für die Zucchini benutzen wir die Raspel, um unserer Reispfanne nochmal etwas mehr Volumen zu geben. Ja Leute, was ich hier jetzt nochmal als geheime Zutat habe, ist etwas Safran für den Reis. Ich gebe das jetzt einfach beim Kochen mit in den Topf hinein. Ihr könnt aber auch eine Zimtstange reinlegen oder andere Geschmacksstoffe, die ihr gerne eurem Reis verpassen würdet. Ja Leute, und solange euer Reis jetzt noch kocht, können wir den Rest ja schon mal vorbereiten. Den Saitan habe ich, wie ihr seht, in so Streifen geschnitten. Dann hat das so ein bisschen die Wirkung wie so Hühnerstreifen in so einer Asia-Pfanne oder so. Also jetzt nehmt ihr euch als nächstes mal die Zucchini zur Hand, trennt die Ohren, zwei Händen ab, beziehungsweise erstmal nur eins, weil wir das Ganze ja raspeln. Ja, und wie gesagt, raspeln jetzt. Ja Leute, ihr seht, da haben wir jetzt richtig viel aus der Zucchini rausraspeln können. Das ist eine richtig gute Menge. Als nächstes schneiden wir einfach die Frühlingszwiebel in Streifen, den Knoblauch schön fein, äh, die rote Zwiebel schön fein, den Knoblauch aber auch schön fein und den Ingwer einfach so ein bisschen grob und man kann es wahrscheinlich schon weitergehen, wenn der Reis dann fertig ist. Ja Leute, wenn der Reis dann soweit ist, nach etwa 10 Minuten sieht der mit Safran so aus. Jetzt können wir weitermachen, ihr braucht dafür nur einen Wok, könnt die benutzte Herdplatte ja gleich weiter benutzen. Ich habe in den Wok jetzt so zwei Gramm Kokosöl reingemacht und da dünsten wir jetzt die. Ich habe mir jetzt natürlich noch ein paar Gewürze zur Hand gestellt. Wir haben da Kumin, den gemahlene Kreuzkimmel, etwas Ingwer nochmal, Ceylonzimt, Chili, Limonengras und Minze. Jetzt dünsten wir hier erstmal die roten Zwiebeln in der Pfanne. Ich mache das gerne bei, ja, Stufe 8, das ist bei mir fast ganz heiß, damit die Zwiebeln richtig schön so ein bisschen kross werden auch noch und vor allem der Saitan danach wirklich knusprig, ja knusprig, sondern gut angebraten wird. Diesen können wir jetzt eigentlich auch direkt in die Pfanne geben. Als erstes von allem, da wir den ja wirklich angebraten haben möchten. So Leute, der Saitan ist in meinen Augen fertig. Wenn er so aussieht, riecht auch schon richtig lecker nach gerösteten Zwiebeln und somit können wir dann eigentlich die Zucchini hinzugeben. Nun kann natürlich auch noch der Reis dazu, der einfach farblich extremst gut aussieht. Wer noch nie Safranreis probiert hat, sollte es unbedingt tun. Es ist unglaublich lecker. Und am Ende all unsere Frühlingszwiebeln, den Ingwer und den Knoblauch untermengen. Und mit den Gewürzen abschmecken. Und um den ganzen dann noch etwas, ja, Flüssigkeit hinzuzufügen, nehmen wir jetzt die Sojasauce und geben so etwa 15 Milliliter hinein. Dann könnt ihr den Herd etwas runterdrehen und das Ganze noch etwas darauf ziehen lassen. So Leute, bei mir sieht das Ganze dann so aus und es riecht extremst lecker. Es schmeckt wahrscheinlich echt gut. Ich bin schon gespannt. Der Safran gibt dem Ganzen einfach immer so einen absoluten Kick. Ihr könnt Safran auch benutzen, um Hähnchen anzubraten. Dazu einfach kurz in den Mörser mit ein bisschen Wasser vermengen und dann in die Pfanne. Oder natürlich auch Tofu, andere Dinge, Bohnen, alles mögliche. Safran ist so lecker. Probiert es aus. Probiert das Rezept aus. Und jetzt kommen natürlich noch die. So Leute, das war es dann von meiner Superprotein-Reispfanne. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich sage euch jetzt noch ganz kurz die Nährwerte. Und zwar hatte meine Reispfanne jetzt 542 Kalorien, 38 Gramm Eiweiß, 88 Gramm Kohlenhydrate und nur 4 Gramm Fett. Für mich hört es sich nach super Nährwerten an. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.